Ich bin Philipp Schäfer vom CEDEF der Universität Jena. Also meine Aufgabe ist hier, es anderen Leuten beizubringen, Softwareentwicklungstools oder andere digitale Tools für die Forschung zu nutzen. Und eins davon, was ich hier vorstellen möchte heute, ist SQLite, also ein Datenbankformat bzw. eine Programmbibliothek, um damit zu arbeiten und darauf basierend eine grafische Benutzeroberfläche. Das Ganze ist eine Bibliothek, um mit einem Datenbankformat zu arbeiten. Das heißt, es geht um tabellarische Daten. Die fallen in den meisten Forschungsgebieten an. Zum Beispiel haben wir Messreihen von physikalischen Experimenten. Wir können Antwortlisten in sozialwissenschaftlichen Umfragen haben. Wir können Kennzahlen aus der Wirtschaft haben, die wir irgendwie verarbeiten wollen. Und was wir dann im Allgemeinen in der Forschung mit diesen tabellarischen Daten machen, ist sie in irgendeiner Weise auswerten, um dann zu wissenschaftlicher Erkenntnis zu kommen. Ein Werkzeug, um mit diesen tabellarischen Daten zu arbeiten, kann SQLite sein. Konkret, das, was wir nachher sehen werden, heißt Database Browser for SQLite. SQLite selbst ist ein Datenbankformat und eine Programmbibliothek, wie ich es gesagt habe. Das ist ein Stück Software, das wahrscheinlich eins der am weit verbreitetsten ist. In allen, wahrscheinlich jede App, die sie auf dem Handy haben, hat intern eine kleine Datenbank, die oft auf dieser Programmbibliothek basiert. Und auch jeder Browser benutzt sie im Hintergrund, um alle möglichen Dinge abzulegen. Aber man kann sie eben auch für die, ich sage mal, händische Datenauswertung benutzen. Und genau das wollen wir uns angucken in Form von einer grafischen Benutzeroberfläche dafür. Also hier ist ein kurzes Bild. Nachher werde ich eine Demo geben, wie man das Ganze benutzen kann, dass man das dann noch genauer sieht. Bevor ich das aber machen möchte, ein kleiner Vergleich zur Tabellenkalkulation, was vielleicht auch weiter verbreitet bekannt ist als Werkzeug, um mit tabellarischen Daten zu arbeiten. Neben jetzt der Verwendung von Programmierung von Skripten, um jetzt sozusagen noch einen Schritt weiter zu gehen. Und bei diesem Vergleich möchte ich, dass man sich die Frage manchmal stellt, nur weil eine Aufgabe mit irgendeinem Werkzeug bewältigbar ist, was jetzt häufig auch schon in Tabellenkalkulationsprogrammen bestimmt der Fall ist, ob es vielleicht dennoch nicht das richtige Werkzeug ist aus verschiedenen Gründen. Und da werde ich ein paar Vorteile von einer solchen Datenbank jetzt hier konkret SQLite auflisten. Wir haben einmal eine klare Trennung, anders als das in Tabellenkalkulationsprogrammen ist, von den Daten und der Auswertung, also sozusagen den Befehlen zur Auswertung. In dem einen Fall bei der Tabellenkalkulation haben wir das Gemischt in den Zellen zu großen Teilen einer großen Tabelle. Und wie wir jetzt später sehen werden, haben wir hier eine Datenbank mit Daten und können dann Auswerteskripte kurze schreiben, um unsere Auswertung zu machen und die auch separat speichern. Das hat einmal den Vorteil, dass wir ein geringeres Risiko haben, aus Versehen unsere Rohdaten zu verändern und das vielleicht gar nicht zu merken. Und dann können wir die Auswertung, die wir entwickelt haben, für gleichartige Daten auch leichter wiederverwenden. Wir haben eine schnellere Auswertung, auch bei großen Datenmengen. Also mehrere hunderttausend bis mehrere Millionen Datensätze sind in diesen Datenbanken auch auf einem ganz normalen Rechner. Kein Problem, wo man jetzt mit den grafischen Werkzeugen wie Tabellenkalkulation vielleicht auch schon an die Grenzen stößt und man hat eine gewisse Qualitätssicherung drin. Dadurch, dass man, was die Spalten angeht, auf jeden Fall feste Datentypen hat, hat man in einer gewissen Form in Tabellenkalkulation auch dadurch, dass man Formate für Zellen anlegt. Aber zumindest meine Erfahrung, vielleicht gilt das auch für andere, dass man da öfter mal was vergisst, weil man es nicht direkt sieht und dann wird aus einer Minus-17 plötzlich der 3. Januar 1907 und man kriegt das entweder nicht mit oder muss nacharbeiten. Und zum Schluss kann man die Auswertung, da die separat abgelegt wird und im Textformat, diese sozusagen, deren Entwicklung über die Zeit dokumentieren, um vielleicht dann später, wenn man verstellt, man hat irgendeinen Fehler gemacht, zurückzugehen und zu gucken, was habe ich denn eigentlich geändert und wie kann ich das korrigieren. Was ich jetzt, bevor wir zum Beispiel kommen, auch noch sagen möchte, ist, dass das Ganze hier sozusagen, ich möchte damit nicht sagen, das ist das einzig wahre Werkzeug, um mit tabellarischen Daten zu arbeiten, sondern ich möchte das hier als Einwertzeug vorstellen, was, wenn es bekannt ist, gegebenenfalls in einigen Fällen einsetzbar ist und dafür muss man, ja genau, jeweils im Einzelfall abwägen. Das heißt auch insbesondere gucken, was kann ich selbst, mit wem arbeite ich zusammen, wie können die mit der Art und Weise, wie ich mit den Daten arbeite, dann auch umgehen. Also, wenn man in einer Gruppe, in einer Forschungsgruppe unterwegs ist, in der es eine gewisse Art und Weise gibt, die ist etabliert und die ist auch nicht unnötig kompliziert, dann macht es keinen Sinn, auf irgendwas anderes umzustellen, aber wenn man eben weiß, was da ist, kann man im richtigen Fall dann vielleicht auch ein anderes Werkzeug mal benutzen. Ich werde jetzt ein Beispiel geben, also das heißt einmal Daten in so eine Datenbank laden aus mehreren CSV-Dateien und dann mit der zweiten Abfrage zusammenbauen, die uns was über diese Daten erzählt, die uns eine Auswertung sozusagen liefert. Ich möchte hier einen Überblick der Möglichkeit geben und dann auf weiterführende Lernressourcen verweisen. Also, das Ganze soll jetzt hier keine Lernveranstaltung sein, dafür ist die Zeit auch zu kurz. Es soll vielmehr einmal zeigen, was möglich ist und damit man das im Hinterkopf haben kann und bei Bedarf sich dann weiter informiert. Der Datensatz, den ich benutzen werde, basiert auf echten Forschungsdaten, ist ein Lehrdatensatz, der quasi dort, ich sag mal, kondensiert wurde, zusammengestaucht und aufgebessert wurde, damit man den gut für die Lehre benutzen kann. Und der Ablauf des Beispiels lehnt sich so ein bisschen an Lehrmaterial von den Carpentries an, das ich hier verlinkt habe. Also, es ist jetzt mittlerweile relativ weit weg davon, außer was die Inhalte angeht, aus dem einfachen Grund, weil die Zeit recht knapp ist und das musste ich ein bisschen zusammenstauchen. Aber dort kommt so ein bisschen die Idee her. Und was ich vielleicht an der Stelle auch schon mal anmerken kann, ist, dass alle Links, also wir hatten ja jetzt schon zwei gesehen, die ich jetzt gezeigt habe und später kommen noch ein paar mehr dazu, in einem Pad gesammelt sind, was im Chat verlinkt werden sollte oder vielleicht auch schon verlinkt worden ist. Also, da sind dann die ganzen Links zu finden auf einmal, sodass man sich das dann vielleicht auch länger noch erstmal abspeichern kann, bevor man da reinguckt. Damit möchte ich jetzt auf das Beispiel wechseln. Jetzt sollten Sie SQLite Browser sehen. Das ist eine grafische Benutzeroberfläche, um mit diesem SQLite Format zu arbeiten. Was ich jetzt mache, ist, ich werde eine neue Datenbank erstellen. Die nenne ich jetzt CL SQLite für Coffee Lecture. Und das fragt mich jetzt, ob ich eine Tabelle erstellen möchte. Das möchte ich nicht. Wir haben, wie gesagt, einen Beispiel-Datensatz, der in Form von CSV-Dateien vorliegt. Die werde ich jetzt nach und nach importieren. Ich werde jetzt hier in der neuen Datenbank Tabellen importieren aus CSV-Dateien. Ich wähle eine Datei aus. Die heißt plots.csv. Also, hier wird mir angezeigt, welche Struktur das vermutet in der CSV-Datei. Das kann man noch anpassen, weil die ja teilweise unterschiedliche Trendzeichen benutzen. Aber das passt hier. Jetzt habe ich eine Datei importiert. Das sehen wir auch jetzt hier im Hauptbildschirm. Wir haben hier eine Datei, äh, Tabelle plots. Das Beispiel, das sind Daten zu Messungen. Da wurden in verschiedenen Bereichen, irgendwo auf der Welt, wo genau, weiß ich nicht, Tiere regelmäßig gefangen, vermessen und wieder freigelassen. Konkret das Gewicht und ich glaube, die Hinterfußlänge. Und ich werde jetzt noch zwei weitere Dateien importieren. Und dann machen wir uns noch was an. Jetzt eine zu den Species, die dort, die diese Tiere haben, die Species. Und zum Schluss eine Datei mit den Messdaten, die heißt surveys. Konkret. Jetzt sehen wir hier drei Tabellen. Eine werden wir uns nochmal genauer angucken. Dann, da sehen wir hier die Spalten und das sehen auch Typen, die jetzt das Programm beim Laden von den Daten aus der Datei, ich sag mal, vermutet hat. Oben Ganzzahlen, Integer für die meisten Spalten, unten Text. Ich werde jetzt nochmal die Tabelle bearbeiten, dass die letzten zwei als Kommazahlen interpretiert werden, weil das Gewicht und diese Heinz-Foot-Length jeweils Kommazahlen sind. Das hat er nicht richtig erkannt. Das kann ich aber im Nachhinein noch anpassen. Und wenn wir uns das nochmal angucken, sehen wir, dass ich das jetzt hier geändert habe und den Datentyp angepasst habe. Das heißt, alle Spalten haben Namen bekommen, die es aus der CSV-Datei abgeleitet hat. Auch Typen, die es mit einer Heuristik bestimmt hat. In fast allen Fällen waren wir das recht. In zweitens habe ich das angefasst. Und jetzt können wir uns die Daten angucken. Das heißt, hier können wir uns den Inhalt der Tabellen angucken. Wir haben einmal die Plots. Wir haben eine Nummer und eine Art. Wir haben die Species mit einer ID, dem Genus, der konkreten Species und einem Taxa, dem sie zugeordnet werden. Und zum Schluss die Messung mit ID, Monat, Tag, Jahr. Also wann wurde die Messung genommen, wo, in welchem Plot, welches Tier wurde vermessen, welches Geschlecht hatte das Tier und die jeweiligen Messungen. Wir sehen auch, die Daten sind nicht perfekt. Wir haben hier null Werte teilweise bei dem Gewicht. Wir haben null Werte bei der Länge. Also irgendwo haben wir auch mal alles, wenn wir ein bisschen scrollen. Und was wir jetzt machen werden, ist nach und nach eine Anfrage oder eine Abfrage auf diese Tabellen konstruieren, die uns eine Frage beantwortet. Nämlich soll darum gehen, also worauf ich später hinaus will, ist das durchschnittliche Gewicht kopiert nach der Tierart, die wir hier jeweils vermessen haben. Dafür gehen wir auf den Reiter Execute SQL. SQL selbst steht für Structured Query Language. Das ist quasi eine Abfragesprache für Datenbanken. Der Vorteil ist, wenn man das Ganze sich mal für SQLite angeguckt hat, kann man die auch für alle anderen relationalen Datenbanken benutzen, weil das eben ein Abfragestandard ist. Das heißt, wenn man jetzt irgendwo Datenmengen hat, die am Anfang hier reinpassen würden und man muss auf eine größere Datenbank gehen, weil man in die hohen Millionen kommt oder einfach, weil man so viele Daten hat, auf andere Weise, dass es nicht mehr passt, dann kann man zumindest die Auswertung portieren, einfach dadurch, dass die Sprache vereinheitlich ist zur Abfrage. Genau, und jetzt fangen wir an, das zu konstruieren. Wir wählen erst mal alles aus der Tabelle Surveys, also der Messdaten aus, und zwar mit einer Abfrage, die besteht aus dem Schlüsselwort Select, also wähle aus. Sternchen steht an der Stelle, wo wir die Spalten auswählen, in dem Fall dafür, dass wir alle spalten wollen und dann folgt aus welcher Tabelle, nämlich from Surveys. Ich verteile das jetzt schon mal auf zwei Zeilen und dann führen wir das aus und unten sehen wir dann das Ergebnis. Das ist jetzt einfach der Inhalt der ganzen Tabelle. Wir haben ja gesagt, wir wollen gerne alle spalten und haben keine weiteren Einschränkungen. Das Ganze passen wir jetzt ein bisschen an. Ich hatte ja schon gesagt, ich hätte gerne das durchschnittliche Gewicht irgendwie nach Species sortiert. Da holen wir uns konkret die Species ID und das Gewicht, führen das aus und kriegen jetzt nur noch die beiden Spalten. Das sehen wir hier unten, sehen oft ist das Gewicht null, aber wenn man lange scrollt, sieht man auch Datensätze mit Gewicht. Was wir jetzt machen ist, wir sehen, wenn wir uns das angucken, das Gewicht ist in Gramm. Also es geht hier vor allem wohl um Nagetiere, die dort vermessen wurden und die wiegen keine 46 Kilo. Wir wollen das aber gerne in Kilo haben, also können wir hier oben sagen, bei der Auswahl der Spalten, bei der Ergebnisspalten, können wir rechnen. Das heißt, ich sage, ich hätte das gerne durch 1000 geteilt, um Kilogramm zu haben. Fühle ich wieder aus, gucke mal das unten an und sehe, jetzt sehe ich das hier in Kilogramm und nicht mehr in Gramm. Dann führen wir jetzt eine Einschränkung ein, der Datensätze, die ausgewählt werden. Bis jetzt haben wir alle. Und jetzt sagen wir, ich hätte gerne nur all diejenigen ab dem Jahr 2000, zum Beispiel, weil ich vielleicht schon alles für die Jahre davor irgendwo ausgewertet und publiziert habe. Das heißt, where year is greater equal to 1000. Also das heißt, wir beziehen uns hier auf eine Spalte und geben dafür eine Ungleichung an und sagen, wir hätten gerne alles, was mindestens 2000 ist. Dann fallen einige Daten weg. Das sehen wir ganz gut daran, dass wir jetzt oben überall Werte haben. Da sind ein paar Nullen rausgefallen. Es gibt aber immer noch welche. So, und auf dem Weg zum Ende wollen wir nicht nur den Durchschnitt haben, sondern wollen auch sehen, wo ist er am höchsten. Das können wir dadurch erreichen, dass wir das Ergebnis sortieren. Das heißt, wir benutzen ein weiteres Schlüsselwort, order by, und sagen, wir würden das gerne nach dem Gewicht sortieren und führen das aus. Jetzt hat er uns ganz oben die Nullen hinsortiert. Wir gucken weiter nach unten. Ist wohl sehr weit scrollen, weil es doch viele Nullen gibt und dann sehen wir, irgendwann kommen die Nullen. Aber jetzt haben wir oben die mit dem niedrigsten Gewicht. Wir wollen das gerne anders. Gibt es noch ein weiteres Schlüsselwort? Wir hätten es gerne absteigend, also descending. Und dann haben wir ganz oben das höchste Gewicht. Jetzt hatten wir gesehen, wir hatten ganz viele Nullen. Die stören uns, weil die uns dann beim Durchschnitt gegebenenfalls Probleme machen. Das heißt, die schmeißen wir jetzt raus. Und weiteres Kriterium, also weight is not null, heißt, wo das Gewicht nicht null ist, führen wir aus. Und wenn wir jetzt ganz runter scrollen in der Tabelle, sehen wir, die Nullen sind rausgeflogen. Die haben wir entfernt. Genau, und jetzt fehlt eigentlich nur noch eine Sache. Ich hatte ja gesagt, ich hätte es gerne, ja, es fehlen noch zwei Sachen. Ich hätte es gerne gruppiert. Das heißt, ich hätte gerne einen Durchschnitt und nicht nur die Einzelwerte. Dafür müssen wir jetzt zwei Sachen anpassen. Einmal schreiben wir hier oben, benutzen wir eine Funktion, die heißt average, also AVG für average, Durchschnitt. Und damit er weiß, wovon soll er denn bitte den Durchschnitt bilden, gibt es wieder ein Schlüsselwort, das heißt group by species id. Das heißt, ich gebe hier ein Feld an. Und das heißt, all diejenigen, die den gleichen Wert in dem Feld, das ich hier angebe, habe, werden zusammengeschmissen. Und oben werden dann diese Funktionen auf die Gruppen angewendet. Das heißt, der packt jetzt alle von einer Species in eine Gruppe. Dort wird der Durchschnitt gebildet. Und wenn wir das ausführen, sehen wir, dass ich einen Fehler gemacht habe. Jetzt muss ich kurz gucken. Irgendwie hat er... Was ist das Problem? Ach so, ja, das group by muss vor dem Order by stehen, sonst beschwert er sich. Das war mein Fehler. Entschuldigung. So, jetzt ist er glücklich. Jetzt haben wir oben das höchste Durchschnittsgewicht und absteigend immer weniger. Das ist aber gerade schlecht zu lesen, weil der viele Stellen anzeigt. Da benutzen wir eine weitere Funktion. Round 2. Passen den Wert nochmal weiter an, den wir da anzeigen. Und jetzt ist das Ganze ein bisschen angenehmer zu lesen. Und wir haben hier unsere Durchschnittswerte. Jetzt sind wir... Jetzt gibt es noch eine Sache, die ich zeigen will, die das Ganze vielleicht noch ein bisschen interessanter macht. Wir haben jetzt die ganze Zeit nur mit einer einzigen dieser drei Tabellen gearbeitet. Und wir sehen jetzt hier im Moment nur dieses Kürzel von der Species, die uns vielleicht nicht allen geläufig ist. Und was wir jetzt machen, ist, die Tabelle, die wir bisher benutzt haben, mit einer anderen verknüpfen, um dort, also mit der Tabelle zu den Species, um dort die, ich sag mal, menschenlesbaren Namen dieser Species zu holen und hier mit anzuzeigen. Das heißt, wir können Tabellen miteinander verknüpfen. Im Moment haben wir hier von einer, über diese From-Zeile, von einer Tabelle Daten geholt. Weil wir jetzt mehrere Tabellen haben werden, gebe ich dir einen Kurznamen, den wir brauchen werden, um zu sagen, welche Spalten zu welcher Tabelle gehören im Rest der Auswertung. Die nennen wir jetzt hier SV. Und jetzt verbinden wir die, Join, mit der anderen Tabelle. Und der geben wir den Kurznamen SP, damit wir nicht überall Surveys beziehungsweise Species schreiben müssen. Und wie sollen die verbunden werden? Das müssen wir dem Ganzen auch noch sagen. Wir joinen die ON. Und zwar mit der folgenden Gleichung. Also einmal nehmen wir die Species-ID, Species-ID von den Surveys und sagen, die soll bitte gleich sein, der Species-ID von der Species-Tabelle. Das heißt, es werden dann jeweils die Datensätze aus der Species-Tabelle genommen, geguckt, zu welchen Datensätzen aus der Survey-Tabelle passen die, anhand dieser Bedingungen, die wir hier geschrieben haben. Und dann gegebenenfalls auch mehrfach drangesetzt, sodass man eine neu gedachte große Tabelle bekommt aus dieser Zusammenführung, die dann ausgewertet wird. Und damit das klappt, damit er jetzt weiß, wo gehört welche Spalte hin, müssen wir überall sonst noch diesen Kurznamen jetzt mit davor schreiben. Und was wir auch noch machen ist, wir wollen hier oben ja eigentlich nicht die ID haben. Das heißt, das werde ich jetzt rausnehmen. Und werde stattdessen den Genus und die Species selbst anzeigen, sodass wir was schön menschenlesbares haben. Das führen wir jetzt aus. Und dann haben wir uns jetzt Daten aus der anderen Tabelle geholt und sehen jetzt hier die menschenlesbaren Namen, haben unsere Durchschnittswerte. Und das war jetzt sehr zügig ein kleines Beispiel, wie man dann eine Auswertung konstruieren kann auf diesen Daten. Ich habe ja gesagt, die sind jetzt getrennt von den Daten selbst. Wir haben einmal die Datenbank. Das heißt, wenn ich hier die Datenbank kann, kann ich speichern. Das wurde ich vorhin gefragt. Die liegt jetzt irgendwo auf der Festplatte als eine Datei. Und ich kann jetzt separat diese Auswertung, die ich hier habe, auch als SQL-Datei speichern. Also die nenne ich jetzt zum Beispiel Analysis von SQL. Und dann habe ich hier meine Datei, die ich später wiederverwenden kann, beziehungsweise auch auf eine andere Datenbank mit ähnlichem Datenbankschema verwenden könnte, wenn ich das dann wollte. Damit komme ich zurück zu den Folien. Das war quasi das Beispiel dazu. Hier, wie versprochen, noch ein paar weiterführende Lernressourcen. Auch die sind verlinkt in dem Pad, von dem ich vorhin gesprochen habe. Also die ersten zwei sind Lernmaterial von den Carpentries, jeweils mit anderen Datensätzen. Man kann entweder schauen, wenn einen das interessiert, ob es in der Umgebung oder online Carpentries-Kurse gibt, die man dazu besucht. Oder ich denke, das Material eignet sich auch sehr gut zum Selbststudium, wenn man das ausprobieren möchte. Also da sind dort auch Erklärungen, wie installiere ich die nötige Software. Also das heißt, wo kriege ich die Daten für die Beispiele her und dann eine sehr detaillierte Beschreibung, was jeweils Schritt für Schritt getan wird. Und die letzten zwei Links sind jeweils kleine Spiele im Browser, die Leute entwickelt haben, um SQL näher zu bringen. Das erste für Einsteiger definitiv, was einen so ein bisschen auch an die Hand nimmt. Und das zweite ist dann eher für Fortgeschrittene, wo man in der Datenbank, über Datenbankabfragen versucht, einen Kriminalfall zu lösen. Damit möchte ich mich fürs Zuhören bedanken. Vielleicht noch kurz erwähnen, dass diejenigen, die in der Nähe von der Uni Jena sind, können auch an unseren Kursen, insbesondere auch zu SQL teilnehmen. Da haben wir im nächsten Semester wieder eins, aber in Präsenz deswegen gegebenenfalls. Nicht für alle immer ein Interesse. Das Gleiche gilt für unsere ganzen anderen Kurse, die wir anbieten. Und zum Schluss nochmal der Hinweis auf das Pad mit den ganzen Links zu dem Vortrag, der wahrscheinlich auch schon im Chat zu sehen war. Vielen Dank. Vielen Dank.